aber du bist leichter ob ich eigentlich wieder hätte weil es ganz weil sie sich auswählen entweder entweder das ist durch welche den Ladescreen oder er nach dem Ladescreen kommen wir irgendwo aus wenn ich um nichts machen konnten wo wir keinen Laden hatten ich brauche ganz dringend laden Inventar voll und so hier Flo lootet wieder alles hoch Flo lootet immer alles Au ich werd von hinten beschossen Warum machst du sowas? Ich nur du Feinde Ah alle weg Also die Reine die Schussfolge der So eine kleine Pistole ist echt widerlich Ja Achso Ich hab's jetzt mal wie Flo Ich mein weg Wer kennt den Pistolen mit einer Feuerrate von 15,8? Ich? Gibt's nur hier Hab ich auch eine Und bei Roller Juni Keine Schleichwerbung Verdammt noch Achso Entschuldigung Ich kann mir das nicht abgewöhnt Ich werd dafür bezahlt Naja Shell ist übrigens die beste Tankstelle der Welt Das musst du aber dreimal sagen im Video ne? Ist schon klar Du musst schon dreimal im Video sagen, dass Shell die beste Tankstelle der Welt ist Wir werden zum Glück nicht von Shell gesponsert Das sagen zwei Leute die keine Autos haben ne? Ja Das ist irgendwie so der größte Witz da dran Ja eigentlich schon Ne Mein Jägermann ist besser Weg damit Nein das will ich nicht verkaufen Verfickte Scheiße Äh nicht fluchen Entschuldigung Es tut mir leid ich möchte mich hierbei offiziell äh nicht entschuldigen Verfickte Verfickte Scheiße Und jetzt noch Totschlag Argument Flugzeugträger Flugzeugträger Ja Flugzeugträger So Ready Seht ihr die heutige Folge wird gesponsert aus der Irrenanstalt Yay Dreimal Ha Von Shell aus der Irrenanstalt Ja Ne seien wir mal ehrlich ne Schleichwerbung ist nicht gut Nein Aber trinkt Coca Cola Das wird heute den ganzen Tag so laufen Ja wir werden die ganze Zeit irgendwelche dummen Sponsoren zu machen ne? Ja Aber Captain F Sparrow ist noch im Menü Immer noch Immer noch Immer noch Jetzt nicht mehr Moment Moment Aber wieder Boah Er ist immer noch im Menü Ah I am watching you Ich würde das mal falsch das jetzt nicht machen sollen Was? Alter jetzt geht zu Ja schon hallo Langweilig Jetzt Ne Jetzt Jetzt Ja doch jetzt Jetzt Ah Es geht weiter Das hat ab Ab mit Ab 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 Da war doch ne Waffenkiste, ne Leute? Die müssen wir uns da gleich rausholen. Zwei Waffenkisten. Oh ja, Raketenwerfer. Jungs, wo seid ihr? Wir looten schon mal. Warum? Wir sind hier grade im Kampf auf Leben und Tod. Echt? Ja. So, wir retten den Tag. Okay, dann können wir jetzt looten gehen. Oh wow, die machen aber ganz schön Schaden. Ja, sehr schön. Das ist die beste Aussage, die wir je gehört haben. Reinloaden! Alter, jetzt ist der Wichser da echt grad in Deckung gegangen. Yay! Level up! Hier sitzt noch einer. Oben, oben hockt auch noch irgendwo einer. Da. So, der hockt nicht mehr. Hab meinen auch. Ich hab meinen grade geboom-Headshotet. Äh, hebt ihr mich auf? Nein. Selber Schuld. Ich hab einen Medigen entdeckt ... Hahahaha, du lässt dich sterben. Hold likeh. Naja. Jimmal looten. Ah, ich hasse euch auch. Das ist großartig. Wir sind heute irgendwie nie voll gut drauf, oder? Äh, nein. Ich bin eigentlich total deprimiert, aber... Naja, kennst das ja, ne? Depressiv, Depri... Depri MMORPG, das Spiel von Depressiven für Depressiven. Ich hab gehört, da hinten gab es irgendwo eine Waffenkiste. Zwei Stück. Sogar mit einem Epic-SMG drin. Was ist das hier? Blablabla, aber das ist keine Giftsniper. Dies Kacke. Ah, guck mal, SMG-Money. Kann ich denn nicht mitnehmen. Worum? Voll. Voll. Voll toll. So, und wo seid ihr beide schon wieder hin, ey? Ich renne hier oben rum. Ich bin hinter euch. Oh Gott, ich hab Angst. Ich will nicht, dass einer von euch hinter mir ist. Jetzt können wir doch bestimmt das Teil hier bedienen, oder? Ja. Balas, du darfst. Ah, ah, ah. Haben die Pong? Ich hab Freunde gefunden. Dass ich dir nicht vertraut habe. Das Ding wird hoch. Aber für Schleunzuweisungen ist jetzt keine Zeit. Steel hat den Schlüssel und ist schon unterwegs zur Kammer. Hey, mach die Schlampe fertig. Oh, geil. Mach die Schlampe fertig. Ist übrigens unser Hobby. Äh, unser Hobby. Schlampe fertig machen. Klar. Aber noch lieber sind wir beim Schlampe. Wir müssen übrigens wieder zurück in das Gebiet, ne? Welches? Da, wo wir gerade herkamen. Yay. Wie das so ist. Gut, dass wir drüber geredet haben. Oha, ich kann dich sehen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ich sehe dich wieder. Diesmal hast du mich überrascht. Jetzt muss es schnell gehen. Du musst sofort zur Kammer. Los. Sie hat mich auch überrascht. Das war richtig gruselig, wie sie den Mund aufgerissen hat. Du rrrrrr. Du rrrr. Ich freu dich. Okay, wir müssen schnell zur Kammer. Go, go. Go, go, Powergruppe. Tü, tü, dl, lü, dl, lü, dl. Oh, wie schnell war denn der Ladescreen, bitte? Ja, und es sind doch alle da. Oder? Leben alle? Jupp. Nein, alle ist tot. Gut. Dann läuft alles optimal. Ballas, wie wir es geplant haben. Yes. Und jetzt gehört der Inhalt der Kammer uns. All diese mystischen Artefakte, die, äh, äh, mystisch sind. Evakuierung! Evakuierung! Das war keine Evakuierung, das war eine Sprengung, Freunde. Ich habe da was verwechselt. Nein, das war eine mystische Evakuierung oder so. Eine mystische Sprengung. Okay, wir müssen langen. Oh Gott. Feuer! Feier, nein! Mach nur mal, Askan, ja. Wir gucken zu. Boah, ich bin schon dabei. Ich kenn den in mir gar nicht mehr. Will jemanden 625er-Schild? Was? Mit schneller Aufladung. Oh, oh. Ähm, ähm, ich hab's nicht gesehen. Nein, nein. Na, hier. Hier, blubb, aufgehoben. Ja, weiß ich nicht. Wir hatten momentan das Schwächste. Also ich hab'n 430er, aber meiner ist, äh, meiner ist halt total cool, weil er, äh, rekt. Ich hab' auch einen 517er. Ich hab'n 474er. So, los, steig jemand ein. Achso, wir können ja hier fahren, ne? Klar, willst du fahren? Yeah. Okay, go, go. Voll die weite Strecke. Go, go, Powerballers. Boah, das war ja, äh, legendär. Ja, wir bleiben gleich sitzen. Bleib sitzen. Wir gehen so durch. Salt Flats. Boah, da braucht man ein Auto. Sagst du, woher weißt du das? Ja, aber ich stand im Reiseführer. Achso. Ich schätze, das verbirgt für dir. Denk daran, das Handelsnetz zu nutzen, wenn du was brauchst. Ich schätze, du findest da einige nützliche Sachen. Partner. Er hat übrigens den größten Namen überhaupt. Also den besten Vornamen, den es gibt. Wie hieß er denn? Ich hab mich aufgepasst. Markus. So, mit C und nicht mit K? Ja. Sag ich doch, den besten Vornamen überhaupt. Alter! Ihr seid solche Kack-Noobs. So, gar nicht. Äh, wuch. Egal, fahr. Wir haben keine Zeit mehr. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Nehmen wir das nächste. GG Leben. Fahr zur Kammer! Ich weiß ja nicht, wo lang geht. Zur Kammer, schnell! Müsste hier irgendwo sein, oder? Ja. Raus hier. Okay, aus Staggen. Zur Kammer, schnell! Move, 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 move! Go, go, go! Perfekt eingeparkt. Aha! Ich möchte gar nicht wissen, wie ihr geparkt habt. Auch nicht. Lass uns lieber weitergehen. Ach du Kacke. Feind, Kontakt! Nicht getroffen. Was? Großvogel! Granite! Ich bin zu schlecht studiert. Alle da. Jawohl. Nee, alle tot. Alter, was läuft denn da alles rum, ey? Muss ich ja doch wieder auf die SMG wechseln. Es geht zur Kammer, ne? Es geht auf die Kammer zu. Wir kommen aufs Ende zu, Leute. Wir gehen uns jetzt praktisch den Eingang zur Kammer erkämpfen. Ja, ja, verstanden. Finale! Grinade! Komm, komm! Geh klein! Macht ihr was! Auch. Auch, ich stehe wieder. Ich auch. Aber es kann doch nicht nur sein, dass es... Oh, da kann doch nicht sein, dass es nur eine von diesen statischen Waffen gab, oder? Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob jetzt noch was kommt. Ah, Raketen. Außerdem muss ich sagen, also ich finde die Waffe jetzt nicht zu geil bisher. Wir müssten hier unten irgendwo rein. Mädels. Ma booooy. Wo müssen wir rein? Ach, gar nicht. Follow me. Weiter, weiter ins Verderben. Genau, das ist das Typische, wenn man mir folgt. Ihr wisst ja, wir müssen leben, bis wir sterben, ne? Hey, Ladescreen. Buja. Nein, ich will noch nicht. Ich bin noch zu jung für den Ladescreen. Tschüss. 40 Cent. Hässliches Bild. Das ist gruselig. Warte mal, war das nicht ein Film? Die Zeit ist so gut wie abgelaufen. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Moment, wie viele Gelegenheiten haben wir? Ähm, ähm, ähm. Das habe ich jetzt so lustiger zu gestanden. Keine mehr. Ich sehe eine Waffenkiste. Ich will aber noch nicht. Das sieht irgendwie nach einer Falle aus, oder? It's a trap! Esther! Huch, da ist es zusammengebrochen. Huch, da sind Viecher. Hier, ähm, ich habe mich nicht getäuscht, glaube ich. Da kriegt noch irgendwas. Da oben leuchtet was. Okay. Die Mückenklatscher hat zugeschlagen. Wow! Kommt der denn her? Du hast aber nicht sofort hier eingeladen. Okay, das hilft. Okay, Shotgun auf Level 14. SNG auf 18. Cool. Irgendwas liegt hier doch. Für Soldat. Oh, meins. So, schauen wir mal. Was haben wir in der Kiste? Medikit gefunden. Was haben wir denn hier? Klass Mods. Oh, in der 92er. Kontaktgranaten mit 92. 83er Transfusionen haben wir aber schon. Habe ich schwamm. 491er Schild. Ladegeschwindigkeit 108. Erzeugt Jognober, wenn aufgebraucht. Ich finde die Granate ganz cool. Nimm halt. Okay. Dann nehme ich das Schild. Sieht sehr blutig aus hier übrigens. Oh, ich sehe eine Munitionskiste. Huch. Okay. Huch, ich bin runtergefallen. Müssen wir da runter? Ja. Ernsthaft? Huch, da geht es aber ganz schön weit runter. Kommt davon, wie er springt. Inzwischen geht es nicht. Runter! Ey, so. Ich habe eine Waffenkiste gefunden. Wir sollten gucken, dass wir schnell wieder Anschluss am Balas finden. Ich bin ganz unten. Ey. Aua, ich werde von allen Seiten beschossen. Kommt ganz runter, kommt ganz runter, bitte. Wir sollten zusammenbleiben. Springt einfach runter. Ich bin gar nicht. Noch viel weiter unten geht. Einfach nicht. Ja. Achso, Ubi ist auch hier. Ich habe jetzt einfach mal alles eingesammelt, um es unten zu verteilen. Ja, schon okay. Volver. Kiste? Wo? Wie hast du die gesehen? Augen auf? Nein. Ich habe nur Augen für deinen Arsch. Äh. Wo Augen auf? Das sieht ziemlich cool aus hier. Ja. Wie kommt die Kamera? Alter, ich treff die nicht. Aha, doch jetzt. Zwei, zog, zog. Boah, die fliegen so hässlich. Kräftigt die gescheit? Aber mit einer Raketen, wer vergeht das? Ich gehe da mal runter. Der Staubsauger. Also irgendwas hittet mich hier gerade ganz arg. Ja, das sind gern Kampfer. Ja, wir warten mal. Wo seid ihr hin? Die sind runter. So. Bam, einer weniger. Boah, hier muss man sich echt ganz schön konzentrieren. Ja, ein wenig.